Hallo, willkommen. Es funktioniert wieder. Ich kann wieder bauen. Ich weiß nicht, was ich da gedrückt hatte, dass es nicht mal funktioniert. Viel Stein. Wir brauchen viel, viel Stein. Voll die Steinbeschwerer. So. Das Bolz, das Bolz, ja. Das Bolz haut, das Bolz hext. Eigentlich brauche ich, muss man noch mehr hineinsetzen. Dann haben wir ein Problem. Entweder reicht unser Stein nicht. Wobei wir ja noch eine Menge haben in den Lager. Aber ich fürchte, unsere Kohle wird nie ausreichend für all das hier. Die müssen wir auf Kohlejagd gehen. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. So. Mehr hatten wir hier nicht drin, ne? Die Kohle nehme ich auch nochmal. Aber da nicht unbedingt. Da auch nicht. Da auch nicht. Da. Da kommen wir die Hälfte rein. Und da. So. Da. Da haben wir doch noch Ziegelstein. So. 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 So, mal gucken, ob wir jetzt mit der Decke fertig werden. So, hier waren wir. Ich bin irgendwie so schief hier. Zack, zack, da, da. Stop, 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 stop. Nein. Das wird nie und nimmer reichen. Exakt oder fast die gleiche Menge brauchen wir halt auch noch hier für die Seiten. Das wird lustig. Die Playlist macht rein auf cool. Jo, was geht? Wir sind hier am Bauen und die Musikplaylist zieht sich erstmal ein Joint durch. Das war sehr schlau. Warum baue ich denn so? Boah, ich glaube die Strecke nach Trilliscan war nicht so heftig wie die, die wir jetzt haben. Oben rechts auf der Karte seht ihr natürlich immer den aktuellsten Stand, wie weit wir gerade sind. Wir sind also noch ein gutes Stück entfernt, aber die Hälfte haben wir schon. Wobei, vergesst natürlich nicht, dass die Hälfte nicht fertig ist. Wir haben gerade mal die Decke. Warum komme ich mal nach rechts unten? Mein Timer ist doch rechts auf dem Bildschirm. Und nicht auf meinem Handy. Mein Handy ist im Schlafzimmer und lädt sich gerade auf. Damit ich heute Abend noch Skyrim oder so aufnehmen kann. Aber ich glaube nicht, dass das Skyrim sein wird. Boah, das dauert ja ewig. Ist jetzt schon langweilig. Ich habe auch keine so aktiven Themen, die ich jetzt gerade so sagen kann. Außer, dass ich mir vorgenommen habe, einen neuen Rechner zu kaufen. Keine Sorge, Minecraft wird es natürlich nicht in HD geben. Also nicht in Full HD. In HD sowieso, aber nicht in Full. Fuck hell! In Full HD. Ich habe Fuck hell gerade gesagt. Für alle, die gerade wissen wollten, was ich gesagt habe. Das war nicht das andere F-Wort, was man nicht sagen darf bei diesem Spiel. So, ähm. Ach, meine Fresse, was soll denn der Schaas? Was soll denn der Schaas mit der Lebecast? Boah, guck mal. Seht ihr das? Ich will nach Hause. Ich will sie nicht mehr spielen. Ja, ist gut. Best of forever. Ne, ich werde mir einen neuen Rechner kaufen. Aber keine Sorge, Minecraft wird es dennoch nicht in Full HD geben. Ist das nicht schön? Das kriege ich platztechnisch hin nicht an. Wenn ich die, wenn ich Minecraft archiviere, die Videos sind so schon 1 GB groß, dann sind sie ja 4 GB groß. Das kann ich mir nicht erlauben. So viel Speicherplatz kann ich mir nicht kaufen. Wie ich denn bräuchte. Ich glaube, das gleiche betrifft auch Skyrim. Aber ich könnte dann später so Projekte mal in schöner Qualität machen. Oder ich könnte Spiele generell in schöner Grafikauflösung machen. Ich könnte dann Minecraft auch mit Optifine laufen lassen. Ohne, dass es Probleme gibt. Also mit Ruckeln und so. Und dann würde das Spiel auch stabiler laufen. An dieser Stelle folgt nun ein, ich sag mal, ich sitze jetzt hier gerade vor meinem PC. Ich mache diese Audiospur. Die Erklärung folgt übrigens gleich in ein paar Minuten. Oder in einer Minute. Sagen wir es mal so. Ich habe genießt. Und ja, das habe ich jetzt rausgeschnitten. Deswegen labere ich einfach mal hier so. Ich weiß gar nicht, was ich gerade mache. Ich höre gerade, irgendwas wird gebaut. Das ist ganz gut. Was mache ich gerade? Ich schneide gerade ein Best-of zusammen. Wir haben den 23.11. gerade um 1.13 Uhr. Kann man ja mal sagen. Morgen mache ich übrigens eine Live-Zimmer um 15 Uhr. Und ja, das ist interessant. Das ist definitiv interessant. Ich glaube, ich werde jetzt auch mal ein bisschen weiter reden. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Interessant ist es auf jeden Fall. Denn das habe ich noch nie gemacht. So ein Cross-Overlay. In ungefähr ein paar Sekunden fange ich in den Game wieder an zu quatschen. Solange habe ich die Klappe gehalten. Ich habe mich nämlich stumm geschallen währenddessen. Ist auf jeden Fall eine gute Sache, sich stumm zu schallen während des Let's Plays. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Was mache ich eigentlich? Ich räuche aber, nichts passiert. Ich denke mal, ich laufe weiter. Oh, irgendwas hat sich getan. Ah, es wird gebaut, ja. Ist normal, wenn man baut. Und jetzt macht er Plopp. Hört mal, jetzt quatsche ich wieder. Oh Mann. Das ist übel. Ja, das kannst du sagen. Kannst du laut sagen. Ich werde das rausschneiden. Was ihr gerade gehört hattet, das war nichts. Alter, bist du laut. Aber ich habe genießt und gehustet direkt danach. Und das war so schlimm. Ich werde das im Nachhinein rausschneiden müssen. Ja, das musst du wohl. Ich werde es rausschneiden. Müsst ihr euch das nicht anhören. Ne, das braucht ihr auch nicht. Ich habe ja dazwischen gequatscht. Und weil mir jetzt die Nase läuft und ich euch nicht voll schniefen werde, sage ich jetzt schon vielen Dank fürs Zusehen. Ja, gerne. Ich werde noch fünf Minuten weiterbauen und ja, mach das. Wir sehen uns in der nächsten oder hören uns in der nächsten Folge dann. Ja, kenne ich schon. Nachdem ich meine Nase geputzt habe und ich wieder unnormal reden kann. Ansonsten schnief ich euch nur alles voll. Also, bis dann. Ciao. Alter, der hört sich aber überall übel an. Ja, das war der Vergangenheitstrillo. Ich bin der Trillo der megamäßigen Zukunft. Der spielt noch ein paar Tage weit in die Zukunft hinaus. Und ja, wird auf jeden Fall ganz gut gebaut. Ich glaube, wenn ich stumm bin, kann ich besser... Boah. Ich mache die Musik nicht so laut, warte mal. So, da muss ich ja mich selbst auch laut schalten. Sonst hört er mich ja nicht. Da-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Oh, klingt ja super. So, was machen wir hier so währenddessen? Wir hier so ein bisschen rum... rum... rumposaunen hier. Oh man, klingt jedenfalls lustig. Boah, das ist laut. Mach mal ein bisschen leiser. Ja, richtig so. Ich kling mich auch mal aus. Bis dann. Oh man. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020